Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Saints Row Together mit dem Silversurfer, der eigentlich blau sein müsste. Ich hab ne Rüstung an. Guck mal, die schlägt halt geil aus. Moment. Oh. Wo bist du denn drüben? Du bist zu schnell. Alter, du siehst aus wie ein Ninja. Die Rüstung heißt auch so. Nein, lass mich bitte in Ruhe in den Ninja. Nein, ich will dich tun. Vielleicht bist du auch eine Ninja-Frau, man weiß es nicht. Ja, das sagst du. Man kann aber da nicht so drunter gucken. Ich sage, du bist ein Zwitterwesen. Ein Zwitterwesen? Ein Zwitterwesen. So, Moment. Warum hab ich jetzt hier nix ausgewählt? Was ist da los? Ähm. Mach. Hier. Da. Okay. Markierung hast du ja nicht gemacht. Moment, ich muss mich gerade noch in meinem Massenlager, weil ich hier nochmal in den Schicksgruppen bin. Da kann ich dir vielleicht noch irgendwas Neues hab, aber scheinbar nicht. Äh. Panzer, begibt dich zum Panzerwanderlismus. Was Panzerwanderlismus? Ich hab nicht Panzerwanderlismus gehört? Habe ich Panzerwanderlismus gehört? Da haben sie wohl richtig gehört. Auch zum Panzerwanderlismus. Ich seh die Markierung sogar. Warum ist sie da oben? Ach nee, das bist du. Nee, dann siehst du sie wohl nicht. Die ist ein bisschen weiter. Also ich brauch noch rund 800 Meter. Also ich seh, wo sie ist, aber ich seh halt keine Markierung direkt drauf in dem Spiel. James Fan, der ist eine Aufgabe, die du bereits geschafft hast. Aha. Warum hast du mir die geschafft und ich noch nicht? Ich hab keine Ahnung, was du hier machst. Oder nicht machst. Nee, das steht bei mir noch. Steht bei mir noch. Keine Ahnung. Gucken wir jetzt mal. Warte mal. Bist du jetzt da? Nee, nee, noch nicht. Ich fuhl mir erstmal noch hier so ein bisschen. Ja, wie immer halt. Wenn ich schon mal auf dem Weg bin, kann ich mir noch ein paar Pünktchen hier sammeln. Äh, hier Datensammlungen und so weiter und so fort. Aber welcher Folge sind wir jetzt eigentlich? Ich hab ein bisschen den Überblick. Ähm, 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 das müsste jetzt Folge 18 sein oder so. 18? Ich glaub, ja. Wär relativ gut dabei. Äh, die haben wir schon gemacht. Aber ich hab die noch nicht, äh, wahrscheinlich schon abgeschlossen. Die haben wir gemacht. Da haben wir... Ja, aber ich nicht. Ich hab die noch offen als Mission. Ja, ja, aber die haben wir eigentlich schon unten gemacht. Hallo. Moin. Mein Gott, ich krieg dich dafür sogar noch, wenn ich dich abschieße. Wir machen. Weißt du, kriegst Punkte. Ja. Wenn du mich abschießt. Guck mal, du hast selbst... Ey, ich finde das nicht in Ordnung. Selbstmordnungen schon mag ich nicht. Was ist Rassismus? Gegen dich. Ja. Rassismus gegen Planeten. Ich finde, sowas sollte gestoppt werden. Planetismus. Planetismus, ja. Nee, eigentlich wär das sowas wie Planetuzid oder so. Oh ja, das klingt noch besser. Oh Mann. Wir labern wieder. Total dünnen Schiss, wie immer. Ja, das kann man schon. Aber das kann man schon. Ähm, was hatten wir denn davor geschafft? Bei der Mission, weißt du das? Äh, Silber. Okay, das heißt jetzt, äh, unser Wege zu Gold. Ja, genau. Es gibt doch auf YouTube hier diese Roadtools. Ein kleines LOL-Spezial. Ja. Ja. Lass uns alles töten. Mord und Totschlag. Ja, das Spiel ist echt eigentlich. So beim Einkaufen passiert mir das auch immer. Mit dem Panzer einkaufen. Ja. Ja, die drei, denkst du, die drei Meter lauf ist? Nee. Hallo. Das Problem ist, hier ist irgendwie grad nix los. Bei mir wieder ein bisschen, aber auch nicht. Ja, ich bin auch voll am... Ah, hier ist wieder ein Paul Panzer. Ich begrüße dich. Ja, der hat mich aber mit dem Schuss begrüßt. Nee, sowas unhöflich habe ich dann hier. Satisfaktion. Verdammt, ey, das wird ein Stück. Das ist doch, aber ich glaube... Oh Mann, ey, ich hab pure Pessimismus schon wieder. Ja, war es zum Kotzen. Du bist zum Kotzen. Aber was soll ich machen? Ich hab einfach noch vielleicht sechs Sekunden noch. Vielleicht wird's was. Ja, bestimmt. Ich hab's ja, ich hab's ja auch noch nicht so alt. Was, ich hab's ja gesagt, sterrt. Nein, er ist richtig. Nein, auf meinem Duden nicht. Mein Duden. Und dann, du heißt es... Ja. Ihr müsst stürt, stürt. Genau, stirbt. Wer heißt es denn oder dein Duden, wenn es nicht stürt ist? Ja, keine Ahnung. Ich hab den jetzt gerade nicht zur Hand. Stürt, stürt. Mit Oh, stopp. Oder stürt, stürt. Stürt, ihr Schweine, stürt. Das ist schon wieder nicht gestoppt, oder? Ja, nee, also alles ging hier schon wieder, weißt du? Ja, ich glaub' ich glaub' ich achte auch nicht auf die Minimap, wo hier die wichtigen Hotspots sind. Hotspot? Ja, ich fahr' mal irgendwo hin. Ich warte auf dich. Wo wartest du denn im Black Screen? Wo? Im Black Screen. Ja. Okay. Jetzt hab' ich die aber geschafft. Machen wir mal an, Augen des Präsidenten. Aber das ist geil, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss sowieso in die Richtung. Geil, ich durche, einfach. Was müssen wir denn machen? Einfach geh zum Ziel. Ja, geiler Scheiß. Kann ich nur nach vorne dashen, so, ne? Aber geht's nicht noch anders, ne? Lalalalala. Na? Lalalala. Datensammlung. Hat schon eigentlich irgendwas so ein Film nochmal gehört? Nö, nur das, was ich geschrieben hatte. Ja, gut, mehr hab ich nämlich. Also auch bei YouTube den angeschrieben? Ja, ja, der ist ja. Ja, ja. Mit dem schreib' ich ja auch immer. Immer. Ja, immer. Ja, ja. Der Chris hat ja da sein Star. Chris kennt er ja, oder hat er ja? Einen Skype-Typen scheinbar. Okay, der ist da richtig drin, sagst du? Ja, ja, aber der ist ja selber noch nicht angenommen. Boah. Ja, irgendwie noch keiner, wa? Ne, irgendwie. Ja, wegen diesem komischen System da von YouTube. Ey, der Manager, der hat noch kein grünes Licht gegeben, muss man noch ein bisschen wahr. Verständnis, ne? Mit F. Ja, 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 genau. Verständnis. Ja, schön. Wuhu! Nee, aber ich freu' mich eigentlich, wenn ich da drum bin, weil halt auch vom Rank her, also von der YouTube-Suche ist ja auch alles noch ein bisschen besser dann. Ähm, okay. Zielperson eliminieren, alles klar. Was müssen wir eliminieren? Irgendeinen schwarzen Zeug. Ja, das war wieder klar. Weißt du, Sarah? Äh, hast du auch die E-Mail bekommen? Äh, von George Rennes. Ja, ja. Wie sie gegrowth sind? Ich finde das eigentlich gar nicht mehr so schlecht, da sind ja so, da stehen ja auch so Tipps und sowas drin. Und ich weiß nicht, ob du diese Videobar schon mal gesehen hast? Ich hab die schon mal gesehen, die Videobar, ja. Die, äh, da gibt's... Haben wir schon mal drüber geredet. Also, du leckst grad richtig hart. Ja. Geht's wieder? Das ist aber nicht... Einigermaßen. Warum, was ist denn da jetzt los? Ganz geht's eigentlich. So, fertig, wir können weg. Wenn du bei mir leckst, hast du das Problem, ne? Ja, oder du. Je nachdem, es kann beides sein. Aber ich schätze mal eher ich, weil halt, äh, du besseres Internet hast als ich. Ja gut, aber ich schreib auch noch was hoch. Boah. Achso, verdammt. Äh, wir müssen jetzt da hinten irgendwo. Wo? Was heißt da hinten? Ich seh den Punkt nicht. Na hier so. Achso, da hinten, ja gut, dann weiß ich Bescheid. Genau. Ist ja nicht groß. Ne. Äh, wo waren wir jetzt? Bei der Videobar. Freedom, ne, genau, Videobar. Aber ich find, die nützt ja mehr was, wenn du Reviews machst. Also für Play 2 R Us oder so, wär das, glaub ich, sinnvoller als jetzt. Ich mach ja so ab und an auch mal so Sachen, wo es halt auch in verschiedene Unterteile, Teile des Starfish, das find ich relativ cool. Diese Spotlights, meinst du, ja? Für sowas find ich das oder für, ähm, für, auch für Infovideos find ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja gut, aber ich sag mal jetzt, für, für normales Let's Play, musst du das unbedingt nicht so. Störender als hilfreich dann. Ja. Aber sonst auch dieses, weiß nicht, so diese anderen Tipps mit diesen, äh, mit der CTA. Äh, da hast du jetzt. Also dieses Call to Action. Achso. Dass du halt am Ende nochmal, ähm, was einfügst, ein Bild oder so. Ja, aber das ist ja auch beim Let's Play halt eher, find ich, naja. Gut. So, du schießt, ich fliege. Obwohl, andersrum, merk glaub ich sinnvoller, weil du kannst ja nicht fliegen. So kann ich schon fliegen, aber wenn ich jetzt den Modus wechsel, dann... Ey, aber so brauchen wir... Oh Gott, oh Gott! Hat denn... Ich hab nichts gemacht. Ich hab den Modus gewechselt. Was passiert? Okay, ich mach den Modus jetzt, was passiert dann? Was muss ich machen? Ja, einfach, die Steuerung, du bist halt schneller, wenn du jetzt den Modus... Achso, ich muss, ich, achso, okay, der fliegt von alleine gerade aus, okay. Ja, ist ja easy. Ey, ich weiß nicht, dieses Call to Action, das ist halt bei, auch bei Reviews und sowas, ist das halt ganz nützlich. Wenn du halt nochmal dieses, so eins sagst, äh, wollt ihr das jetzt auch spielen oder bla bla bla, dann ist das... Ja, aber, ja gut, aber man kann sowas auch bei Let's Plays eigentlich, find ich, benutzen. Was ist das da hinten? Ach, da musst du's abgeben. Oh, da ist, da ist ein Audio-Datei. Wo? Da ist es rote, meinst du? Ne, ich weiß nicht, was das ist. Können ja gleich mal eben gucken. Das ist auf jeden Fall der Schnatz. Aber hier ist ein Audio-Datei. Hast du die jetzt auch? Warum haben wir mit Matt Miller gearbeitet? Ist das hier? Ich meine, komm mal! Er hat mich aus der FBI gefeiert und hat alle Ideen komplett diskreditiert, nur weil sie denken, ich bin in Kink. Die Wahrheit hat mich ausgedrückt, er hat mein Leben verloren. Jetzt ist er ein guter Mann? Das ist einfach nicht fair. Äh, hier ist so ein Spalt nochmal. Sollen wir sowas machen? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Warum denn die Schnee? Aber bei, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast, Freedom hat ja auch dieses, äh, Any-TV. Die haben auch Any-Music und sowas. Ja, und da gibt's ja dann auch dieses, wie heißt denn jetzt, dieses, dass du dann so Spiele-Links nimmst. Und die kannst du dann einfügen und dann kriegst du dann, wenn da jemand sich drüber registriert, kriegst du dann einen bestimmten Geldanteil. Achso, ja doch, stimmt, das hab ich gesehen, ja. Ähm, dafür ist das zum Beispiel ganz cool, wenn du zum Beispiel so Online-Spiele hast und du sagst, okay, wenn ihr das jetzt auch spielen wollt, dann könnt ihr unten in den, äh, einfach in die Beschreibung gucken, könnt über den Link halt gehen. Dafür ist das halt ganz sinnvoll, finde ich. Aber bei Let's Plays, wo du halt, was willst du denn da am Ende machen? Hast halt so ein Bild dann nochmal, okay, aber. Ja gut, das machen, ich mein, gibt ja viele, die das machen, so einfach nochmal, um dann zu sagen, ja komm, hier, äh, abonniert, wenn es euch gefallen hat, oder so. Zum Beispiel outro-mäßig dann in dem Sinne. Ja, genau. Ja gut, okay, ja klar, dafür ist es dann nochmal sinnvoll. Äh, hier sind jetzt drei Wege. Okay. Du gehst den, dann geh ich mal einfach hier lang. Naja, ich bin aber mal sehr gespannt, ob sie, was sich da noch so ändert, dann, also. Hm. Ob es sich... Also es ist auch ganz interessant, wie die... What the fuck, was ist denn hier los? Ist ja auch interessant, wie die dann immer schälern, wie manche, ähm, gewachsen sind. Ja, ja, die haben ja irgendwie so einen ganz neuen Kanal dann erstellt und daran dann halt mal geguckt, wie sich das entwickelt, ne? Ja, ja. Ja, das fand ich halt auch ganz mal ganz cool. Und das scheit... Aber ja, gut. Ob das im deutschen Markt alles so viel hilft? Ja gut, das ist natürlich immer so die Sache, ne? Das weiß man alles nicht. Weil die Amerikaner sind ja generell nochmal so ein bisschen anders, was das angeht. Die sind ja auch auf diese Branding-Kits und sowas. Ich hab mal in den Forum geguckt und da wollen alle dieses Branding-Kit von denen haben. Das ist ja im deutschen Raum halt eher nicht so. Also sprich, dass du, ähm, irgendwie das Zeichen von Freedom bei denen drin hast, oder was? Ja, zum Beispiel ein Thumbnail oder sowas. In jedem Fußball, der dann... Oder halt das Intro von denen mit benutzt oder sowas halt. Da sind die ja alle ganz scharf drauf, die Amis. Wenn du mal bei Machinemau oder so guckst, da haben ja auch fast jeder Partner, der hat ja dieses Intro. Und das ist ja im deutschen Raum, ist das ja echt so gar nicht so beliebt. Ja, da macht man sich echt dann, wenn, dann selber die Sachen, oder? Ja, ja, genau. Da guckst du dann... Ist jetzt auch nicht so meins. Ich meine, okay, das Logo im Banner haben, das hatte ich früher schon. Das finde ich auch nicht schlimm. Das ist halt so eine Art Zugehörigkeit. Aber sonst das Intro für jedes Video von denen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ganz ehrlich, also mich würde das schon stören, das Logo in meinem Banner haben. Echt? Ja, aber so ganz klein. Ja, in der Abo-Box ist kein Problem. Das ist mir egal, aber so, das ist wieder so, hm. In deinem Banner? In deinem YouTube-Banner? Ja, ja. Hm, okay. Oder hätte ich jetzt nix. Hast du ja auch noch nicht. Ja, ich hab ja das Banner-Kid alles noch gar nicht runtergeladen. Kannst du das? Achso, ah. Du kannst es nicht einfach so reinmachen, oder wie? Also darf man nicht, oder? Doch, stimmt, aber ich hab mir da bis jetzt noch keine Gedanken gemacht, weil ich ja auch noch nicht, noch nicht richtiger Partner da bin. Chris hat's ja gemacht. Ja, ja, genau. Chris hat das, ja. Der Fried. Der ist auch so ein Ami. Na. Ey, was sollen wir jetzt hier machen? Ich kann dir nix mehr machen. Oh mein Gott. Ist auch nicht scheiße, dann haben wir bestimmt irgendwas vorgesehen. Ja, ganz viel da hinten, aber da können wir jetzt ja nicht mehr hin. Nicht? Sicher? Ja, guck mal, die sind doch alle blau. Ja, aber nee, da gibt's aber, glaub ich, noch welche. Weiterhin. Ey, woran da geht? Weil wir haben zwei, drei, wir haben, glaub ich, zwei verschiedene Wege gehabt. Ja, gut. Oh. Was war das? Egal. Die Swords. Na ja, gut. Fürs nächste Mal, weiß man. Genau. Äh, es wird was anderes wahrscheinlich kommen. Ja, aber ich bin halt mal sehr gespannt, ob sich da auch so von der Größe her von uns allen noch mal was entwickelt, weil, wie gesagt, das ist halt alles so, du willst halt besser geratet auf jeden Fall. Also, das ist halt so. Und das ist schon sehr, sehr nützlich. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ist ja doch immer, man möchte ja doch ein bisschen mehr Abonnenten haben, auch wenn die alle sagen, ich mach das nur Spaß. Ja, natürlich machen die das alles nur Spaß. Dann lass es. Aber Abonnenten will man trotzdem haben. Na klar. Wer ist ja nicht froh über jeden Zuschauer. Also, das ist Heuchlerei. Oh. Weil bei mir momentan, ich hab, glaub ich, jetzt 212 oder so. Kann sein. Keine Ahnung. Ähm. Oh, ich komm mir unter den Rock. Ich guck dich nicht, deshalb. Ich mich auch nicht. Schlimm genug. Na, guckst du deine eigenen Videos dann später nochmal? Äh, auf YouTube? Nein. Also, höchstens, wenn ich zum Beispiel irgendwas an den Einstellungen geändert hab, beim Migui oder so, und dann nochmal gucken will, ob sich viel verändert hat dann, aber sonst. Ja gut, dann lade ich aber, ehrlich gesagt, so ein kleines Test hoch. Also, ein kleines Test hoch. Ein kleines Test? Ja, okay. Ein kleines Test. Rauf du viel. Und dann, äh, reicht mir das schon. Ja, gut, aber wenn ich zu faul aussehen mit 6Ks, ist halt alles nur ein bisschen anders. Dann nochmal. Ja gut, das schon. Du halt, jede Upload-Rate ist halt nochmal. Wir müssen wieder auf jeden Fall zurück. Da könnten wir noch was hacken im Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Bist du schon wieder zurück? Ich bin schon wieder hier auf der Hauptinsel. Junge, Junge, Junge. Ich bin auf dem Kopf der Statue gewesen. Achso. Oh, beinahe her. Ja, ne? Ich kann's halt. Hier ist noch ein Audio. Immer noch. Äh, den Moment. Das ist nochmal richtig weg. Ja, ich... Hä? Ups. Achso. Ja, ich schicke gerade noch mal irgendwas. Ich sehe, ich sehe. Aber generell, eigentlich habe ich... Also Netzwerke an sich finde ich halt alle echt nützlich. Aber es kommt immer darauf an, was dir das Netzwerk bietet. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt so... Also ich finde bisher der Support von Freedom ist halt echt richtig gut. Ja gut, bisher haben die immer geantwortet relativ schnell. Ja, also ich hatte bisher jede Antwort mindestens nach einem Tag. Oh, yeah! Und auch so alle total nett. Aber man merkt ja auch diesen George. Der macht das ja Spaß, das merkst du ja. Der ist ja nur am Grinsen. Vielleicht hat der auch mal vorher eingegriffen. Das kann man so nicht sagen. Gut, das könnte ich mir ja auch vorstellen. Nein, aber dem, dem scheint... Der hat ein Hangout gehabt. Da hat er vorher noch so ganz normal geredet, ja. Und dann hat er halt dann gesagt, dass er jetzt ein Hangout live ist. Und dann hat er aber so seine Stimme ganz anders gehabt, weißt du? Ich glaube, mir macht das auch schon Spaß, ey. Ja, das sollte es auch. Ist ja nicht so wie bei uns, äh, geldgeilen Säcken, äh, wir nehmen die Millionen. Ja, sowieso. Das YouTube-Partner ist ja sowieso nicht, um Geld zu bekommen. Ja, natürlich. Die 20 Cent könnte ich mir im Jahr zwar auch sparen, aber... Ich würde sagen, wenn du ein bisschen Geld verdienst, auch wenn du mal die Möglichkeit hättest, mehr Geld zu verdienen, würde ich das nicht schlimm finden. Nein, um Gottes Willen, also... Mein Gott. Aber das sollte, glaube ich, auch niemals so der Anreiz sein, zu sagen, ich mache jetzt YouTube-Videos. Nee, also das sollte so... Was ist nie eigentlich los? Das war ja... Und das ist ja auch wieder im Let's Play-Forum, was ich übrigens manchmal echt komisch finde. Äh... Das ist immer diese Hauptdiskussionsgründe. Öh, du machst was für Geld, ey. Alter. Ach ja, weiß nicht. Das sind aber meistens dann wahrscheinlich auch die, die selber, äh, nichts geschissen kriegen. Ja. Ich weiß nicht, diese Entwicklung auch von, wie das früher war mit YouTube-Partnern, du musstest ja wirklich als YouTube-Partner noch Anforderungen erfüllen. Ja, jetzt, äh... Jetzt hast du ja im Grunde... Also ganz ehrlich, seit ich meinen Kanal habe, bin ich im Grunde auch YouTube-Partner. Ja, aber halt, äh, Affiliate, beziehungsweise halt Monetarisierungspartner. Ja. Mir ging es dabei aber auch eigentlich nur darum, dass ich eigene Thumbnails benutzen kann. Ja, ja. Genau. Und, ja, dass ich halt längere Videos hochladen kann. Okay, dazu musst du ja nur deine E-Mail-Adresse verifizieren. Das war's schon. Ja, ich hatte halt früher Glück. Also ich habe halt auch früher extra diese Monetarisierung so eingestellt, äh, eingeschaltet, um halt die Thumbnails und geplant und so zu bekommen. Und ich glaube, eine Woche später, nachdem ich das eingestellt hatte, äh, kam dann eine Partneranfrage. Okay. Das ist dann dachte ich mir auch so, super, ey. Stimmt, darum ging es mir auch, dass ich, äh, das auf geplant machen kann. Ey, das ist halt einfach so ein geniales Team, ja. Weil es ist mir ja viel zu nervig, ey, alles per Hand zu machen. Ja, vor allem, ich könnte das jetzt ja gar nicht mehr. Ich bin, keine Ahnung, um vier oder so erst so zu Hause. Hm. Wenn du mal so drei, vier Videos raushauen willst am Tag, es geht ja nicht. Ja. Das stimmt, was Arschkarte war. Joa. Also generell, also ich finde, YouTube ist schon eine richtig gute Plattform, aber da gibt es halt noch viel zu viele Sachen, die man ändern müsste. Also, ich finde, bei YouTube das Problem ist, die machen zu viel Kleinigkeiten. Die sollten meiner Meinung nach mal ein bisschen den Player verbessern. Da besteht meiner Meinung nach schon Bedarf. Aber gut, vielleicht irgendwann mal, mit Glück.